Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch Superwiesel Pekka vorstellen. So, wir fangen einfach mal an, checken ab, was hier so geht, ob wir hier ein paar Punkte zusammen kriegen oder auch nicht. Gut, sieht Jans und Janich danach aus. Probieren wir gleich nochmal. Gut, der erste Punkt. Der zweite. Der dritte. Nein! Nein! So, drei haben wir als Rekord. Also ich finde es extrem schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich kann durch die Bäume durchfliegen. Scheiße. Komm schon, Baby, ey, jetzt müssen wir dreißen. Mann, Alter, das gibt es ja gar nicht. Echt eine Hammer-Schwierige App, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es extrem derbe. Wir haben gerade mal ein Rekord von drei. Müsst ihr euch mal überlegen, ist eigentlich Syvianisch. Ja, vier. Nö, ich dachte, ich bin durch. Gut, vier haben wir auf jeden Fall schon mal. Ist schon mal wieder ein bisschen besser. Ey, hör doch mal auf. Ey, hör doch mal auf. So. Probieren wir gleich nochmal. Ey, das ist so sauschwer, Alter. Gerade mal ein Rekord von vier haben wir am Start. Probieren wir gleich nochmal. Gut, ich würde sagen, das war doch mehr, werden wir nicht schaffen. Ist auf jeden Fall extrem schwer, die App schreibt immer eine Kommentare weiter für einen rekordarmen Startup. Wir sind durch. Ich wünsche euch mal, bis dann, tschau.